Sojaprodukte kann man ganz gut einteilen in fermentierte Sojaprodukte, in nicht fermentierte Sojaprodukte und dann Sojaöl und den Nebenprodukten, die bei der Produktion von Sojaöl entstehen. Mengenmäßig, also wenn man vom Verzehr ausgeht weltweit, sind eigentlich die nicht fermentierten Sojaprodukte an erster Stelle. Das nicht fermentierte Produkt Nummer eins ist die Sojamilch. Wir müssen allerdings dazu sagen, laut EU-Verordnung der Sojatrink. Der klassische Sojatrink besteht ja nur aus Wasser und Sojabohnen. Den ganz puren Sojatrink kann man für alles verwenden, für jedes Rezept, für das man Kuhmilch verwenden würde. Daraus wird der Tofu gemacht. Tofu ist nicht fermentiert, der Seitentofu wird daraus gemacht und natürlich viele Tofu-Zubereitungen. Tofu ist zum Stocken gebrachte Sojamilch, hergestellt aus Sojabohnen, die man weiterverarbeitet zur Sojamilch und dann gerinnen lässt und daraus dann einen Tofu presst. Ich höre immer wieder, Tofu schmeckt fad. Und da sage ich, Tofu schmeckt fad und das ist gut so. Weil der Tofu Natur so einen relativ neutralen Geschmack hat, verbindet er sich ganz wunderbar eigentlich mit allen Gewürzen und Kräutern dieser Welt. Und er harmoniert sehr gut mit Sojasauce, mit Ingwer, mit Knoblauch. Also die Regel Nummer eins ist, Tofu muss man gut würzen. Die Sojabohnen werden auch zu Mehlen und zu Flocken verarbeitet, die in Brot und Gepäck und in Süßigkeiten sozusagen ihre Verwendung finden. Man kann aus Sojamehl auch sogenannte Extrudate oder Texturate herstellen. Dafür braucht man ein Sojamehl mit einem ausreichenden Proteingehalt. Und dieses proteinreiche Mehl lässt sich dann über einen sogenannten Extruder texturieren. Und man erhält ein leicht aufgeschäumtes, faseriges Produkt, das den Eigenschaften von Fleisch in ihrer Textur sehr ähnlich kommt. Es gibt aber auch immer mehr, auch in Österreich fermentierte Produkte, Tempeh, Natto, Sojasauce. Ja, zu den fermentierten Sojaprodukten gehört natürlich die Sojasauce, die kennen wir alle. Und für uns neu dazugekommen sind Miso, das wird seit einigen Jahren auch in Österreich hergestellt. Und Natto, das sind die ganzen fermentierten Sojabohnen. Natto sind fermentierte Sojabohnen, die mit einem Bakterium, mit einem Bacillus subtilis, Heubakterium auf Deutsch, fermentiert werden. Der Geschmack von Natto ist schwierig zu beschreiben, aber es ist mal ganz ein starker Umamigeschmack. Wenn Leute das erste Mal Natto kosten, sagen die anderen, es ist nussig, die anderen sagen, es schmeckt nach Kaffee, manche sagen auch, es schmeckt nach Hefe. Und das liegt daran, dass wir in Mitteleuropa diese Geschmackspapillen noch nicht dafür haben. Oder viele Leute sie nicht haben. Und mit der Zeit, je öfter man es isst, desto voller wird es im Geschmack und macht so richtige Zufriedenheit. Also eben dieser klassische Umamigeschmack. Diese klassischen fermentierten Produkte wie Sojasauce, Miso, Tempeh oder Natto, die zeichnen sich durch einen ganz intensiven, durch einen wunderbaren Geschmack aus. Und dieser Geschmack entsteht, wenn im Prozess der Fermentierung die Aminosäuren aufgespalten werden. Ein ganz spannendes fermentiertes Produkt ist auch Tempeh. Es wird vor allem in Indonesien gemacht. Tempeh sieht aus wie ein fester Block und es kommt so zustande, da werden gekochte Sojabohnen mit einem Pilz, mit einem Edelpilz fermentiert. Da wächst, wie bei Camembert, wächst so eine weiße Schimmelschicht und dadurch wird Tempeh schnittfest. Gut, Camembert, das passt eigentlich ganz gut. Von der Konsistenz, du hast ein bisschen mehr, beim Camembert wächst der Pilz halt außen hauptsächlich. Und beim Tempeh wird der ganze Tempeh-Block quasi durchwachsen. Also man hat ein bisschen mehr Pilzgeschmack drinnen. Aber das Nussige und Milde eigentlich vom Camembert, kann man durchaus sagen, dass das Tempeh auch hat. Miso ist die erste Würzpaste der Welt. Also Miso wird in Asien auch seit vielen Jahrhunderten hergestellt. Vom Miso werden Sojabohnen fermentiert mit Reis und einem Pilz. Das wird dann durch einen Fleischwolf geben und dann steht das Ganze für circa drei bis vier Monate. Und es entsteht diese würzige Paste. Es gibt verschiedene Sorten von Miso, von hellem Miso bis ganz dunklem Miso, von süßem Miso bis ganz herzhaft scharf schmeckendem Miso. Als ganz klassische Anwendung von Miso ist wahrscheinlich die Miso-Suppe, wenn man es zum Beispiel mit Wasser aufrührt oder Gemüsebrühe ansetzt. Oder auch im Salatdressing dazu. Dazu mische ich Öl, Essig, Miso, Joghurt und Knoblauch. Das Miso verwenden wir dann anstatt Salz. Und das Ganze kriegt in sehr vollen Hand und Geschmack dadurch. Und Miso bietet, ich sag mal, unendliche Möglichkeiten für die Küche. Ja angefangen mit der Miso-Suppe, die wir alle kennen. Man kann Dips damit machen, man kann Fleisch damit marinieren. Ich kann es in Soßen mischen. Also auch hier wirklich eine tolle Gelegenheit kulinarisch kreativ zu werden. Sojasauce ist das klassische asiatische Würzmittel. Auch die Sojasauce gibt es seit Jahrhunderten. Für Sojasauce wird Getreide mit Sojabohnen und einer Salzlage fermentiert. Es gibt helle Sojasauce, es gibt dunkle Sojasauce und der Unterschied liegt meistens in dem Verhältnis zwischen Soja und Weizen und auch der Fermentationsdauer. Hellere Sojasauce hat viel Weizen und ein bisschen weniger Soja und wird kürzer fermentiert. Dunkle Sojasauce hat viel Sojabohnen und eher weniger Weizen und wird dafür länger fermentiert. Man muss jetzt natürlich unterscheiden zwischen einer Sojasauce, die nach der klassischen Methode hergestellt wird und vielen Sojasaucen, die es jetzt gibt, die auch zu uns importiert werden, die enthalten Zucker, die enthalten Konservierungsstoffe, die enthalten künstliche Aromen. Ich empfehle immer beim Kauf der Sojasauce das Etikett zu lesen, die Zutatenliste auf dem Etikett. Und mittlerweile wird auch in Österreich Sojasauce hergestellt. Das ist eine tolle Entwicklung. Ich glaube, Soja hat nicht nur seinen Platz in der veganen und vegetarischen Ernährung, sondern kann auch in Kombination mit Fleisch und mit allem verwendet werden. Und ich glaube, davon muss man wegkommen, dass man sagt, das ist ein Ersatzprodukt, sondern es gibt einfach für Soja so viele wirklich exzellente Produkte, die man jetzt nicht irgendwie sagt, okay, gut, jetzt beiße ich in den sauren Apfel und esse keinen Schnitzel, sondern wirken mir das Sojawürstel rein. Ich glaube, von dem muss man ein bisschen weggehen und Soja einfach wirklich als vollwertiges Nahrungsmittel anerkennen und auch verwenden. Und es gibt geschmacklich ganz, ganz breite Varianten. Und es gibt geschmacklich ganz, ganz breite Varianten.